Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, was für alle Menschen doch sehr schwierig ist. Wir haben eine andere Energie, eine viel höhere Energie. Wir haben eine andere Dimension, Dimensionen und wir leben mit neuen Gesetzen, Naturgesetze und auch Gesetze, wo wir von außen bekommen. Und viele, viele Menschen kommen überhaupt nicht damit klar, gehen in die Angst und können nicht in die neue Ära mit reingehen. Und du, Dorothee, kannst du mal kurz erklären, wie das Gehirn umschalten sollte, sage ich jetzt ganz einfach gesagt, dass die Menschen da in dieser Situation klarkommen. Ja, also es ist so, dass unser Gehirn ja ein wichtiges Teil unseres körperlichen Systems und auch des ganzen Menschen ist, darstellt. Und wir ja unsere Realität mit der Kraft unserer Gedanken erschaffen, auch über das Unterbewusstsein. Und daher gilt es, dass die praktisch diese neuronalen Verbindungen überprüft werden und auch unter Umständen das alte rausgeworfen wird. Ich finde es mal ganz platt und rausgeworfen wird und neu verkabelt wird. Also dass wir praktisch in unserem Gehirn eine Art Hausputz machen und dort neue Verbindungen herstellen und aufbauen. Wunderbar. Und deswegen haben wir jetzt noch ein Video zusammengestellt, wo ihr erfährt, wie das Ganze funktioniert bei Vimeo. Und ich freue mich sehr, euch, die Dorothee und ich, euch mit diesem Wissen, Wissen zu begleiten. Again, ich freue mich sehr, euch an everything. Also werde ich ja mal mehr übrig. Andere